Servus Leute, da bin ich auch schon wieder, zurück bei Bioshock Infinite und wir sind, oh ein Schrank, Munition für Maschinengewehr, hallo, oh ja, gib mir das, was, da war noch was, oh hier, das habe ich doch beinahe über, noch ein Schrank, hey, 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 Blue Ribbon Restaurant, okay, oh, was hier noch, oh, wir sind betrunken, ha, oops, oh, wo geht's denn hier lang, ah, okay, das war's schon, Kineskop, Look back at the opening day, Okay, ihr könnt sie alles lesen. Ah, die große Statue, Columbia beginnt eine Reise, um Amerikas Visionen in der Welt zu verbreiten, mit riesigen Luftschiffen, Columbia Kinescope Company Production. Ah, ist immer, ah ja, gibt's immer was anderes, geil. Äh, der Prophet widersteht, widersteht Feinden. Aha. Ja, for America, our Prophet. Stand down. Aber wir stehen hinter dem Propheten, oh yeah. Ob der überhaupt noch lebt, oder verrückt geworden ist? Sie hatten ja keine gesehen, ne? Ja, jetzt haben sie sich also losgelagt von Das ist, wie er hier in den Augenblick kommt. Sie sind in den Augenblick. Sehr schön. Aha. Wir haben eine Saison. W-Wa-Wo? Wo? Warum folgen Sie mir? Wir waren schon hier. Warum folgen Sie uns? Ich bin... ... ... Okay, die sind ein bisschen scary, aber... ... 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 Wein? Achso, Gesundheit Minus Salz. Ka-ching! Oh yeah! Du brauchst es ja anscheinend nicht. Oh! Tak, 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 tak! Nein, keine Zigaretten. Woah, woah, was geht? Was war das, Booker? Was heißt du? Shield Upgrade? What the fuck? Fügt ein Magnetabwehrschild hinzu? Äh, ein Magnetabwehrfeld, um die Verteidigung zu verbessern. Geil! Was war denn das? Hm, verblüffend, dass es funktioniert hat. Verblüffend, dass es ihn nicht getötet hat. Aber ein Magnetabwehrfeld um einen rum kann nützlich sein. Wenn es einen nicht tötet. Ja, natürlich. Okay, was habt ihr mir da gegeben? Hm, Auto. Oh! Exophon. Der Mann bezahlt für exakt 100 Seiten. Der Mann bezahlt für 100 Seiten. Im Voraus. Tja, wenn ich Silber rieche, erwacht der Schacherer in mir. Also sage ich, Vater, Ihre Herde würde für 1000 Seiten bezahlen. Warum also so wenige? Da sieht der Prophet mich an und spricht. 100 werden genügen. Ich weiß ja, wie die Biografie endet. Ohohoho. Ohohoho. Wie geil! Oh! Hm. Da? Weil heute ist der Jahrstag unserer Trennung von dem Sodom unter uns. Ohohoho. Die Haken. Okay, was ist mit diesen Haken? Leertaste greifen. Wow! Der Haken muss magnetisch sein. Äh, offensichtlich. Aber krass magnetisch. Ist er unten? Vielleicht so unten hin? Aha. Ah, Kiste. Nam nam nam. Skyline-Angriff. Geil. Bam. Na. Klack, klack, klack. Oh yeah. Oh yeah. So. Und? Wie geht's jetzt lang? Da. Da kommt doch gleich wieder einer, oder? Leckzeugkasten. Oh. Oh oh. Oh Jesus. Oh. Oh. Shit. Was ist er denn? Hä? Wo bist du? Er ist so neblig. Komm. Hätte ich doch jetzt da bestammen. Salze. Was? Oh oh. Der Vorschläge ist hier. Das ist unser Nachraum und auf und abwege. Die sind halt voll. Ich glaube da würde ich vielleicht mal auf die Pistole machen. So. Ja. Das hast du nur davon, du blödes Maschinengewehr. Oh ja. Alles her damit. Alles her damit. Noch irgendwas? Okay. Okay. So. Wer wollte mir jetzt den Tod wünschen? Na. Hau mal da mal was rein. Oh nice. Noch einer. Noch einer. Ja. Ja. Oh ja. Burn, baby burn. Schliesskassette. Schliesskassette. Okay. Ich zwing dich auch nicht. Jetzt habt ihr einfach geile Anzüge. Hammer. poro. What the? Was war das? Hau 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 Nimm. Alter, ich krieg hier voll auf den Lack. Wo kam der her? So, ist er erledigt. Mh, Ananas. Ich höre doch schon wieder Schüsse. Ah! Sehr schön. Oh, besser. Gib mir das! Ja! Ach! Nein! Äh, hüpf! Okay, dann betet mal! Muss ich da rüber? Könnte ich rüber. Aber hier drin ist doch nicht rüber. Hello! Land down anwesend! Was gibt's hier geiles? Whisky! Äh... Schlecht fürs Salz. Was? Was war das? Oh yeah! Oh yeah! Gib mir alles! Gib mir alles! Schickes... 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 Schickes Häuschen, muss ich sagen. Sprechen! Toilette! Okay! Alles aktiviert! Oh, was ist denn hier? Oh! 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 Schickes! Optionale Aufgaben stellen eine Möglichkeit dar! Wertvolle Ressourcen finden! Halte Ausschau nach dem Schlüssel, der diese Truhe öffnen könnte! Okay! Mhm! Brauchen wir also... Einen... What? Okay! Das will ich dir auch geraten haben! Voll! Silberbarren! Geilo! Das ist nichts mehr! Oh! Candy! Candy für mich! Yes! Superb! 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 Waschbecken läuft immer noch! Mwahaha! Werden eine schrecklich hohe Wasserrechnung kriegen! Mein Trink... Achso, das geht wieder auf Salz! Klapp! So... Provision! Oh ja! Ah! Ich kann sogar so weit drüber! Hoi! So! Alles cool! Alles cool! Kurzer Blick auf die Zeit! Ah! Wir haben noch ein bisschen sehr schönen... Blätter! Oh! Kann ich auch durchsuchen! Wer macht denn da... Hm! Ich verstehe nicht! Ham ham ham! So! Und nun... Nein, den Wein will ich nicht trinken... Muss ich denn... Was? Hier rein? Hier rein! Ah! Hier rein! Montgomery anwesen! Öffne nicht immer sofort das Feuer! Öffne nicht immer sofort das Feuer! So sehe ich für ihre Sache und ihre Leute! Ich darf keinen... Wie ist denn die armen Leger denn tun? So wie man sie behandelt! Das musste ja alles so kommen! Es muss nicht unbedingt Gewalt im Spiel sein! Okay! Ich höre Stimmen! Oh! Hey Leute! Das ist der Gesuchte! Gehen Sie! Man fahndet nach Ihnen! Polizei! Wir brauchen Ihre Hilfe! Sie sind hier! Sch! Seien Sie still! Wo sind sie denn? Ganz still! Okay, also weiter! Ha! Haha! Machen wir das mal aus? Gedruckte Zeitung? Eintreffen der Columbia-Freunde der Negro Society! Pastor Edgans predigt über das Thema Solange der Neger nicht gleich ist, ist niemand von uns gleich! Ja! Wir sind natürlich... Was? 1912? Zeit... ...des Rassenhasses! Oh! Hi! Das... Brauche ich nicht! Ja! Verdammt! Oh! Silver Eagle! Achso! Das steht da! Verkaufsautomaten... Ja! Verkaufen zahlreich! Ach! Du bist... Ah! Da ist noch einer! Ein sogenannter... Nein! Ich sage das Wort nicht! Ein dunkelhäutiger Mitbürger! Mist! Wir sind viel zu gut ausgerüstet! Und... Zigaretten? Nein! Die wollen ja nicht! Ah! Da ist nochmal das Plakat! Okay! Deshalb wollen die uns also nicht angreifen! Weil die sowieso... Freunde von allem sind! Oh oh! 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 Missed! What? What? Wie kommen die denn hinter mich? Du hast keine Kraft! Was ist das? Oh! 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 Du meine Fresse! Oh! 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 So, noch jemand? Gott, sieht diese Maschine gruselig aus. Okay. Was? 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 Da. Das habe ich hier. Mach doch mal das da. So. Jetzt müssen nur Feinde kommen. Hallo. Du. Mäh. Okay. Dann halt so. War hier nicht noch Salze? Ach ne, aber halt, hier drinnen waren noch Salze. Ach, doch da. Haha. So. Ach, das ist ein Verkaufsautomaten. Sehr schön. Ich wollte eigentlich irgendwelche Upgrades kaufen. Aber Munition und so, das haben wir ja eigentlich alles, ne? Dann lassen wir das mal. Das gefällt mir. Oh, was gibt es hier noch leckeres? Nix. Mist! Oh, oh. Oh, oh. Da kommt doch gleich wieder was. Ah, da ist wieder so ein Schiff. Böser Nebel. Da müssen wir lang. Tomstock fights the serpent nations. Haha. Okay. 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 Quass. Dann können wir hier einfach weiter. Order of the... Bauer? Ne. Raven. Ah. Öh. Bruderschaft des Raben. John Wilkes Booth. Okay. Alter, wo sind wir hier gelandet? Und was ist mit denen? Hey, Leute. Oh. Na gut. Man hätte ja wohl auch... Warte, 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 warte. Äh. Was war das denn für ein Zauberkünstler? Hoppte der da einfach im Tisch? Ist ja krass. Na gut. Zigarrendose durchsuchen? Aha. Ah. Okay. Vögelchen kann man also nicht killen. Klump, klump. Und als der Engel Kolumbia den Gründern die Werkzeuge gab, das neue Eden zu erbauen, taten sie es ohne zu zögern. 85 Jahre lang bereiteten sie dem Herrn den Weg. Als aber der große Abtrünnige kam, brachte er Krieg mit sich und die Felder Edens wurden getränkt mit dem Blut der Brüder und Schwestern. Die einzige Befreiung, die er zu bieten hatte, war der Tod. Oh Gott, ey. Was geht denn hier eigentlich ab? Was leuchtet hier? Ach, das sind die Knarren. Okay. Gut, dann gehen wir die Treppen rauf. Also ganz schön scary, diese Bruderschaft des Raben. Oh oh, ich wetere Gefahr. Und an dieser Stelle... führte uns der Prophet nach Peking. Und wir zeigten dem Sodom unter uns... unsere wahre, von den Gründern erhaltene Mission. Und was diese Mission ist, das erfahren wir in der nächsten Folge. Also schaltet wieder ein, das heißt... Bioshock Infinite. Rabenfüttern leicht gemacht. Tschüss.